Fahrer, wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Nachtfliegen 2012 hier in Arsewinkel. Das geht ja auf einmal los. Ehrlich. Viel Spaß dabei. Genießen Sie diese Stunden. Du Jens, sonst machen uns nicht alle Lampen aus hier. Spannung steigt, fliegende, beleuchtete Kuh am Himmel. Die Luft, lass ihn heilen. Das waren keine fünf Zentimeter, das waren vielleicht drei. Dann wäre er im Rücken reingehämmert hier in den Boden, in den Nasenwinkel. Aber verrückt, die Pferde. Also die Hexen sind wirklich klasse. Ja, die Fahrradleiter gesellen sich jetzt gleich dazu. Auch hier natürlich bessere Dinge wie heute am Tage. Ich kann doch nicht einmal meine Schwiegermutter rein. Es ist ganz nass geregnet. Es klingelt an der Tür. Der Mann macht die Tür auf. Schwiegermutter steht draußen. Schwiegermutter, du bist ja ganz nass geregnet. Warum gehst du denn nicht nach Hause? Ja, Applaus bitte für unsere Hexen. Die waren wirklich klasse. Applaus bitte. Das waren die Kinder hier. Ich hoffe, dass der hinter nicht zu bunt ist. Die eine, die hat wirklich Durchfall, weil die alles hinten rausgedrückt hat. Der hat wahrscheinlich gestern zu viel Peperonis gegessen. Das kennen wir ja. So, am Himmel jetzt noch ein Paragleiter. Durch die Beleuchtung praktisch hinten am Antrieb wird der Schirm angeleuchtet. So, und der Große wird jetzt klar gemacht. Das ist ein wild gewordener Paragleiter. Das passiert, wenn man mit Paral draufhält. Mit Paral. Entdeckt das Spray. So, jetzt, Ralf, jetzt kommt noch ein Paragleiter hier. Aber ein richtiger Bocco Lüt. So. Ah, die Unterreihe sind noch im Thema. Ein 5,5 Meter Schirm. Jetzt für den Nachtflug Gleitschirm 3. Ah, das sind diese Gefährte mit drei Rädern. Ja, vielen Dank für den Applaus. Ich glaube, es hat gerade jemand gelangt. Die Schmarrungsteig. Und schon geht's ab. Und da hängen noch ein paar Menschen am Schirm. Oh, das ist noch ein paar Gute. Gibt alles, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Und oh. Ja, Applaus. Beide Güte. Das war wirklich dumm. Ja, ja. Also geht's. So. Ja, ja. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.